Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Ich bin ziemlich angefressen, weil ich gerade eine halbe Stunde vollkommen umsonst aufgenommen habe. Vollkommen umsonst für die Tonne, weil ich eine falsche Einstellung in meinem Aufnahmeprogramm habe und ich blende das jetzt mal ein. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das denn dann aussieht. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. So sieht das nämlich aus. Ich bin auch einfach so angefressen, dass wir jetzt einfach ganz schnell irgendwen im Clanklick angreifen. Ich meine, ich hab eh keine... Ich hab eh keinen Warden, von daher ist es sowieso vollkommen scheißegal, wen wir jetzt angreifen. Ähm, ja, nehmen wir den. Äh, zweimal, zweimal Multi ist in Ordnung. Zweimal Multi ist in Ordnung. Warden fehlt. Hm, Zeppelin hab ich am Start. Dü, 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 brauchen wir gar nicht einen Zeppelin. Brauchen wir gar nicht. Ist egal. So, wir nehmen jetzt ganz schnell einfach mit. Rest ist mir scheißegal. So, äh, äh, Feger da weg. So, Bauhütte haben wir mit erwischt. König soll jetzt nach unten weglaufen, das wär schon mal ganz gut. Äh, Clanburg ist sehr, sehr weit da vorne. Die kriegen wir sowieso nicht mehr mitgenommen. Das Angebot hab ich... Na, okay, der König läuft in die Mitte. Das ist nicht... Na, also du weißt, läuft der da hin. Nein, König. Nein, König. Nein, König. Nicht da hin. Ach, wieso? Wieso? Wieso läuft der nicht nach unten? Ups. Wieso läuft der nicht nach unten? Es lockt hundertprozentig die Clanburg. Ich hab auch nicht geguckt, also in der Clanburg hat es... Ist auch egal. Wir gehen sowieso auf zwei Sterne. Nein, lockt die Clanburg nicht. Alles gut. So, kümmert sich da schon mal um ein paar Sachen. Ich habe sehr... Sehr viele Drachen. Nicht die Clanburg-Glocken, bitte. Nicht die Clanburg-Glocken. Nicht die Clanburg-Glocken. Nicht die Clanburg-Glocken. Ja, wobei, okay, es ist... Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Äh... Dahin. Beeilung, Leute. Beeilung, 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 Beeilung. Komm, 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 komm. Holen wir uns mal eben jetzt. Ansonsten. Da nochmal eben einen hin. Ich hab eben nur noch 1 Minute 46 Zeit. 1.45. Go, go, go. Go, 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 go. Zack, zack, zack. Da drauf. Beeilung. Zack, 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 zack. Ach stimmt, wir haben ja... Aha! Wir haben ja keinen Warden. Wir haben ja keinen Warden am Start. Hab ich ja gerade... Hab ich ja gerade ganz... Hab ich ja gerade ganz vergessen, dass wir keinen Warden am Start haben. So, da freezen. Da freezen. Gladi. Ja, Gladi hat schon mal aufgeräumt. Äh... Vor allem... Blitze ich das... Ich blitze den Feger und fliege dann wieder direkt rein. Auch geil. Aber ich hab's noch nicht aufgegeben. Ich hab den zweiten Stern noch nicht aufgegeben. Den kriegen wir auch, den kriegen wir, den kriegen wir sicher. Den zweiten Stern kriegen wir sicher. Ich hab die Königin noch aufgeräumt. Ey, ich bin so pisst einfach nur. Ich bin einfach nur so pisst wegen dieser scheiß Aufnahme. Es ist unfassbar, ey. Wirklich. Eine halbe Stunde verschwendet für diesen Ranz. Boah, ey, wirklich. Angebot noch gekauft. Ich hatte über 40 Sachen noch im Goldpass. Alle weg jetzt. Ich kann's, wie gesagt, ich blende es am Anfang noch ein. Aber ey, boah, es ist... Es gibt so Tage, es gibt so Tage, es gibt so Tage. So, feurigen Rekord, bla bla bla, bla bla. Wie sieht's denn aus? 31 Sterne, äh, 31 angewachten, 59 Sterne. Sieht in Ordnung aus. Sieht, wie gesagt, ohne Warden. Ohne Warden kannst du, kannst, kannst du knicken. Also, was will ich ohne Warden anstellen? Gar nix. Das ist schon, naja, das ist schon ein ziemlicher Mist im Clan-Krieg, wenn du da keinen hast. Äh, ich würde auch mal sagen, ich habe in einem anderen Account, habe ich auf jeden Fall noch, ähm, einen... Ich glaube, da habe ich doch den Schub drin, weil ich ja eben aufgenommen habe. Oh, ey, Sachen habe ich eingesammelt. Buch der Helden habe ich benutzt. Das ist alles scheiße. Na gut, wir wechseln mal eben rüber. Bis gleich. Tatsache. Hier habe ich noch 16 Minuten den Schub drin. Den will ich natürlich nochmal eben ganz gerne nutzen. Wir müssen unbedingt ganz viel Dunkles farmen. Hier habe ich aber noch was drin, ne? Ja, 10.000. Boah, ich habe so viel eingesammelt, ey. Ich habe so viel eingesammelt. Das ist unfassbar. 42 stand da als Zahl und jetzt habe ich nix davon. Äh, ja, es ist... Es ist... Es ist... Wenn du einmal dann diese Wut in dir hast und dann einfach nur pisst bist wegen dieser Scheiße, ja, dann ist... Dann ist es vorbei. Dann ist es auf jeden Fall vorbei. Aber gut, vielleicht wird meine Laune gleich noch besser, wenn wir ein bisschen Dunkles finden. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt gleich mal sehen. Äh, so ab 8.000. Ab 8.000 dunklem greife ich an. Das ist das Ziel. Minimum 8.000. Äh, 6.500. Wir brauchen 256.000 für den Bowler. Und ich brauche 204.000 für, äh, das Jack. Das Jack ist dann das letzte Begleitertier, was ich noch machen muss. Äh, dann würde ich mir sagen, Leute, machen wir mal einen kurzen Cut. Und dann greife ich nochmal an. Äh, es ist verkackt. Wirklich, das muss man, das muss man ganz eindeutig, das muss man ganz eindeutig so sagen. Aber nun gut. Ich mache einen kurzen Cut, werde mich ein bisschen beruhigen. Loot finde ich ja anscheinend auch nicht. Also ist ja nichts da. 5.000. Es lohnt alles nicht. Also es müssen schon so 8.000 sein. Besser noch so 8.500, damit wir mit dem, mit dem Bonus noch drüber kommen bei die 10.000er Marke. Ja, der ist gut. Der ist gut. Kein Clan. Kein Clan. Kein Clan. Das ist gut. Sehr viel in der Mitte. Das bedeutet, wir setzen den da hin. Zack, zack, zack. Und lassen den jetzt mal ein bisschen rollen. Roll bitte noch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Roll noch ein ganz kleines bisschen weiter. Wir rollen noch ein ganz kleines bisschen weiter. Ich setze da trotzdem noch den Wutzauber drauf. Gladi zünde ich schon mal. Ja, Gladi hat sich schön drum gekümmert, um die Luftabwehr. Gegnerische Gladi ist weg. Schönes Ding. Ja, wir kriegen schon relativ viel raus. Wir kriegen schon relativ viel raus. Natürlich kriegen wir nicht die 70% jetzt schon direkt. Wir kriegen das Rad aus. Ja, wir kriegen das Rad aus wahrscheinlich, ne? Kriegen wir das, kriegen wir das, kriegen wir das, kriegen wir das, kriegen wir das. Ja, die Königin rasiert das Rad aus weg. Schönes Ding. So, König. Kaching, kaching, kaching. Auf der oberen Seite. Das bedeutet, wir setzen mal da einen hin. Wo sind denn die... Oh, was ist das denn? Der serviert uns die Katapulte auf dem Silbertablett. Das ist natürlich sehr erfreulich. Das ist natürlich super erfreulich. Ah, nicht auf dem Silbertablett. Aber zumindest kriegen wir sie. Ah, das ist ja fähiger, ey. Los, Beeilung. Beeilung. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Nein, 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 nein. Einmal noch. Oh, der hat noch richtig viele Trefferpunkte. Der hat ja noch richtig viele Trefferpunkte. Komm. Ja. So. Jetzt haben wir schon relativ kostengünstig das alles bekommen. Was natürlich jetzt noch fehlt. Das restliche. Dunkle. Und noch die 3%. Ja, 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 ja. 2%. Das reicht. Einmal noch schießt, dann haben wir es. Komm. Komm. Ja. Ja, 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 ja. So. Das war 9400 plus die 1400 Bonus. Schönes Ding. So. Dann. Habe ich natürlich jetzt wieder nichts in der Ausbildung. GG. Wir nehmen auf jeden Fall Blitze mit. Logisch. Was mache ich denn jetzt noch? Ich habe es ja gesagt. Also die Eule ist noch im Bau. Die habe ich eben erst angefangen. Dann brauche ich wie gesagt 204.000 für das Jagd. Dann ist das auch fertig. Hier habe ich noch einen Schub drin. Eine Stunde 32. Dann brauche ich 256.000 für den Bowler. Dann sind wir da auch fertig. Den Skin habe ich auch freigeschaltet. Dann sieht man ja alles nicht. Sieht man ja alles nicht. Obst, habe ich ans Mikro gekommen. Ja, gut. Wir machen einen kurzen Cut. Und bis gleich. Okay. Rathaus 13 mit 8.000 dunklem. Das ist ja gerade so die Grenze, die ich mir gesetzt habe. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Den kriegen wir auch. Den kriegen wir auch auf jeden Fall. Zweimal Katapult. Ist mir auch noch ganz wichtig, dass wir die natürlich auch noch mitnehmen. So. König räumt da schon mal ein bisschen auf. Königin auch. Wir setzen den Kampfholzwerfer. Wir setzen... Ich entscheide mich dazu, den Warden jetzt schon hinterher zu setzen. Zusammen mit 2. Zusammen mit 2. Warten jetzt ab. 3, 2, 1. Jetzt. Klar, die haben wir leider nicht mit erwischt. Rest haben wir mit erwischt. Komm, ein bisschen noch. Bisschen weiter noch. Bisschen weiter noch. Bisschen weiter noch. Komm, 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 komm. Da ist noch eine Luftfalle. Ansonsten sieht das schon mal nicht schlecht aus. Ja. Das ist... Da ist es down. Da ist es down, das Rathaus. 3700 sind noch da. Wo hat sich das Dunkle versteckt? Da unten auf jeden Fall. Oh, böse Gladi. Böse Gladi. Wo ist noch was? Einen Bohrer sehe ich. Ach, das ist klar. Ach. Ach, im Lager noch. Ja, da müssen wir sowieso... Dann gehe ich jetzt sowieso auf volle Pulle drauf. Dann ist sowieso egal jetzt. Dann gehe ich ja sowieso volle Pulle drauf jetzt. Auf das Dunkle Lager. Kommt, Leute. Ein bisschen Beeilung jetzt. Holt euch mal. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Ah, da ist es weg. Dann lassen wir. Komm, wir lassen... Wir lassen ihm die restlichen Pokale. Wir lassen ihm die restlichen Pokale. 8.125 plus 1.400 Bonus. Schön, 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 schön. 98.799 haben wir jetzt. Äh, ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich baue jetzt einfach mal irgendwas wieder hier. Nee, das ist ja egal. So. Das haben wir auch alles. Es gibt so Tage, ne? Es gibt so Tage, Leute. Es gibt einfach so Tage. Dann würde ich mir sagen, Leute. Sind wir am Ende von dieser Episode. Dankeschön fürs Zuschauen trotzdem. Wir sehen uns in einer neuen Episode. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne CraterCode MBF eintragen. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Macht's gut. Bis dennne. Tschüss. 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 Tschüss.